Hallo Leifleid, Steven hier. Ich spiele weiter Kingdom Hearts Final Mix. Also, wir gehen direkt an die nächste Welt ran mit unserem neuen Raumschiff. Und ja, übrig und sorry für die letzte Käse, ich bin nicht richtig gemerkt, dass... Ich mache gerne den Kommentar aus, während es sehen kann, sodass er da besser versteht, was gesund geht. Und ja... Zerrestei, ich war der Meinung, ich habe gedreht, ich will noch gedreht, wir sind anscheinend nicht geholt. Also, wir sind nicht rumgemeten. Und natürlich dürfen wir drei Feierungen zum Video auch nicht stimmen. Wir sind nicht weiter stimmen, weil wir nur Just Items gesammelt würden, bis wir einen Raumgang sehen würden, was gefehlt wird. Weil du keine Geschichte hast, oder so. Und ja, das neue Raumschiff ist aber relativ gut gehen. Ja, das wäre wahrscheinlich schwer umzugucken, überhaupt. Das kannst du Raumschiff bauen ohne Kommentar. Wäre ich wirklich gefruten, ich frag mich den da. Ich möchte, wo ich mal die Sticker umdrehen gedreht. Also wieder gesehen doch schon, da wird das Miseram schon verbessert. Wir kursen hier durch, wir sind nicht schwer. Lasern. Wir sind in neue Cockpit. Wir dürfen von der Allangetektor. Ich kann den noch ein, für den Klotz machen. Vollmord von der Allangetektion. Ich hoffe, es wird über. Hi, ass, die nächste Welt. Hallo, Bastion. Ein von meinen Lieblingswelten war Grosers, Aufwärtsreicher, und nicht direkt in eine Disney Geschichte gebunden. Aber es ist eine Welt, die eine Geschichte kommt, und ich würde mir wissen, was die Welt bedeutet. Für die Geschichte, Kyrie könnte aus dieser Welt und nicht viel mehr Erinnerungen von Kyrie anders ist. Aber wir wissen nicht, was wir haben. Okay, alles geht. Was ist das? Zu dem einen Weg, wir sind 11 Stunden am Spiel. Wow! Da ist das eigentlich relativ gut, ne? Ich profitiere, dass kein Herzlösender sind. Live-Gee, oh, ist der Gag. Ich habe gerade mein Cockpit verbessert und da kann ich nur den besten Cockpit nutzen. Ich habe schon gemerkt, dass es viele so Gummi-Missions gibt. Das sind alle Welten eben, alle Routen aus dem Mission. Und an diesen Missionen kann ich so komische Sachen freischalten, wie zum Beispiel die Fangren, die ich dafür um den Cockpit gepasht habe. Wie warst du hier? Ich habe einfach geglaubt. Ich habe nichts mehr dazu gehört. Als unsere Welt in die Schmerz, Belle wurde von mir geholfen. Ich versuchte, dass ich sie wieder finden würde, egal was die Kosten. Ich habe geglaubt, dass ich sie finden würde. Also hier bin ich. Sie muss hier sein. Ich werde sie zurücknehmen. Geh sie, wenn Sie können. Stopp! Also, du hast es endlich geschafft. Es ist Zeit. Ich habe dich erwartet. Wir sind immer rival, nicht wahr? Du hast immer mich geholfen, wie ich immer geholfen habe. Riku! Aber es endet hier. Es kann nicht zwei Keeblade-Masters. Was bist du? Lass die Keeblade wählen. Es ist ein wahrer Mensch! Der Keeblade-Master. Der Keeblade-Master. Ich bin der Keeblade-Master. und verändern die Welt. Aber das ist unmöglich. Wie hat das passiert? Ich bin derjenige, die hier mit der Keyblade kämpft. Du warst nur der Delivery Boy. Entschuldigung, deine Partie ist jetzt vorbei. Hier, geh spielen Hero mit diesem. Sieh, ich bin der Prachter, wir haben uns über unsere Missionen gemacht. Oh, well, ich weiß, dass der King uns das weiterverkriegt. Aber... ...ja... 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 ...jag... ...ja... Dö... ...ge pouco, donald! Ich bin so... ...ich bin so... Aber ich wollte denen noch neue Waffen kaufen. Gut, dass es kein doof war. Und wenn ich auf mein eigenes Leben werde, werde ich kämpfen. Ich werde nicht ohne sie. Deshalb bin ich hier. Ich werde dich auch nicht geben. Ich werde dich nicht geben. Ich werde dich nicht geben. Okay, wir sind mit einem Biest zusammen an der Equip. Aber wir sind ausgerüstet mit deinem Holzschwert. Wooden sword. Wir haben keine Keyblade mehr. Tisch, wir sitzen ziemlich fast. Haha, das ist wirklich. Wir wagen es klar. Gut, 24. Cool. Aha, aha. Gut, mir ist schon falsch. Neue Abilities. Ne. Okay, boah. Dann machen wir das, was wir können machen. Muss auch blöd tun. Wir können gleiten. Also, bizarrer Ring. A weiter. Dann machen wir das. Und ein Handvoll Dalmatiner. Und ein Handvoll Dalmatiner. Das war nur K4-Geschmack. Deshalb war ich mein Gott, weil das immens aufrüstungsreich ist. Wir können euch etwas schnell machen, wie so ein Magie gehauen. Wir können mal einen Scherz probieren zu steuern, wie der Zit drein war. Interessanterweise ein Zit hat besucht. Aber das ist cool zu wissen, weil am Anfang vom Spiel wird ein Rollscherz zu grün. Das ist gut, dass man den heute cool ist. Wir können einen Stunner-Impact machen. Und immer schon. Wir klangen herzlos zu ersten Erfahrungspunkten. Sollte ich vielleicht in jedem Fall etwas entgegenkommen? Biester stark. Wieso? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr in den Falle geworfen habe, ich werde nur noch mehr in den Falle geworfen. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr in den Falle geworfen kann. Ich werde gerne die Feuerkurren zurückführen. wir müssen dafür von der anderen seite mit denen genau mit denen rundherum gehen dann muss er vorwärmen landschule wieder das mal aktiviert da gehen wir mal ruf das ist ein ziemlich verwirrend weltvergleich zu das wird noch ein bisschen hooten wow genug blödsinn wir gehen einfach weiter und bringt gleich geht die negation noch zu kämpfen führerregen gut das sind aber erst und nicht wie der tote funktioniert wenn das praktisch das geht den heute wirst du noch mal ob mir das bringt man euch weil du mich wirklich gegner besiegen für uns kommen ich weiß nicht wie genau ich meine den halten ansicht ja und dann den lohn weil die heutige seite möchten so ansehen und dann hängt ich fest und dann wollen wir zurückgucken mögen wir den Aduwein anhaben ich möchte das schon so designt gehen können wir den heute machen auch gepackt für das 2 für das 2 seitdem ist das spielschwesend wir oft gespielt haben ja ja es lief wie sie synchron sparen Also, das könnte ich schon besser geholt, ne? Ok, schaut wie vor der Schnellding die abgegangen wird, das ist gut, das wollten wir hören. Ich wüsste im Moment schon los, wo ich fürchte los steuert. Ok. Ok. Ne, das ist die Schulter, ich mag die Brau-Rigüe nicht. Warum ist die Truhe? Oh mein, ohne Keyblade. Ne, merci. Hm, Moment. Klingeln. Imped charge, voilà. Ok. Und den anderen? Wo waren sie? Wo waren sie? Oh, super. Ist auch schnell gegangen. Wo bleibt denn? Tobat Oh nein, das ist mal zu dumm, ich gehe einfach weiter. Oh purist of hearts, reveal to me the keyhole! Oh, oh, oh. Kommen wir zu spät, Dunn? Beyond your guard, they're close, I can feel it. Are you ready for them? No? Und bis jetzt ist du Scheiß-Troll! Dark Firaga! Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your wife, but I'm not gonna betray Sora either, cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie them together! Well, you know, I'm the dragon right for all! I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the keyblade, I've got a better weapon! My heart! Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart just as they become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power! What do you think of one? Everyone think about everything you realize already, people who do so is one of them ? I've got weakness to change my life! Oh Gott! Sliding Dash, oh, blittet das hier am Spiel, da das cool, da das Ultra, Sliding Dash ist das in direkte Richtung der nächste Gegner geht, wo ihn unzielt, da rutscht er so schnell nur für, und von kann in der Film ja einfach meschen Ja, das hat Herz, White Trinity haben sie uns weg, weil das beleift in die Kipp Sliding Dash hält nimm ein, oh mein Gott, das ist krass, ähm, können wir den nicht raumen, normalerweise schon Das wollte ich nicht Ich würde meinen, der wäre knapp schön, doch, sort, type Ja, ich doch so Okay, nur dass du da geklärt hast, können wir einmal eine Tür machen Gehen wir mal ins Librarie Sollte mal ein kleines Fass, soll man nicht kämpfen Wir müssen einfach Bischer in der Nähe stapeln Dann setzen wir mal den heute Band, den wir gerade mit dem Hocktisch runter Und, oh, das Platzer kann man vielleicht rein Ja, man kann das platzieren Hier war ein Kairyser Flashback Gut, das hat bei mir nicht versucht geklappt, das ist nicht immer so Oh, da, weil die Haltung ist genau der Rüchte Obleven, wofür die Rüchte Obleven ist Und ich weiß noch, ob die Haltung so einen Trick hat Nee, weil die Haltung zum Beispiel nicht gefiltert ging nie klappen Ich weiß noch, ob die Haltung ist, ob sie falsch geräumt Oder sie falsch geräumt Okay, aber wir können rein theoretisch weiter Ah ja, nee, da ist ein Trinity dafür Du kommst aus, dass du eine Drohnen willst, das ist ja nur eine Druckung Nimm mir nur eine Band 3 Nehm mir nur eine Band 3 Das ist falsch Das ist die Band 6, die muss hier hin Okay. Fehlt da jetzt nachher hin. Hoch. Ab und ab. Oh, danke. Dafür ist es schon gut, dass wir heute ein bisschen mehr proper durchlaufen. Ultima G. Haha. Ne, schreibst du Post. Ha. Oh. Okay. So, wieso schickst du nicht, wo die Lachstzolle sind? Schon nicht das Gefühl, dass ich abste Post hatte. Oh, warte. Oh, warte. Ne, wieso läuft das nicht weiter? Ich fahre da hin und gehe ein Buch rufen und bin ein Regal da hin. Außer dem, den wir noch geholfen. Das macht den halten überhaupt. Wer kriegt den halten? Ne, dreht noch einmal. Wow, aber bleibt, ob der Nehmsterplatz steht, wo man mal gefangen wird. Wieso? 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 Ich bin mir gerade noch nicht gekommen, dass ich noch nicht sehen will. Wieso? 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 Ich glaube nicht, dass ich nicht so gesehen habe. schon die wegschnitt aha aha zu essen doch anhand dieser mauer und das ist eine bibliothek das ist ein doch mit. Ja, genau. Nur mal den Mava 3, den ihr erinner könnt. Perfett. Okay, und wir sehen mal den Geheimnis von der Bibliothek gelesen. Und ich bringe als Preis das Item. Ja, ich habe es geteilt. Die Item muss man mit Graviti rufdrecken. Die Lash Dalmatina. Und der Lift. Wir gucken, wo den er es herbringt. Ich meine, die bringen das auch nicht mehr in Richtung mehr Loot, mehr Preise. Und dann, wie ich spät kann, kann ich den benutzen, eigentlich auch als Abkürzung. Für mich schneller abzukommen. Okay. Das muss gehen. Das ist ganz gut. Das ist ein Drainpack. Das hilft Dice-Items zusammen, die Mazzoskine verpassen während dem Raumschiff sind. die sind relativ teuer ich meine die sind selbst in 700 munit steck die ich einfach so ins von den engertruhe ist natürlich mehr wie willkommen kann ich das skippen ne das kann ich nicht skippen da gucken wir uns halt die ganze wie und du da die preview von das wird man nächste kehr werden an der volk gesehen wir werden durch all den platz zu kommen und das ist ein hummerdante geheimnis von der bibliothek gepackt ich meine besten zeit tun wir noch dann sammeln wir mal in zwei stecken und das war sliding dash da bei spiel Zwei. Drei. Zwei. 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 Das gibt Problem den heutigen Hose-Spender. Feuer! Das sollte mir helfen. Feuer! Bis zum nächsten Mal! Emblem-Piece, Emblem-Piece. Feuer! Voilà, das haben wir gut geschafft. Wir sehen uns direkt mit dem Donal der Goofy, die bleibt immer an der Hand. Wir haben die Feuer Stück auf dem Schlüssel zusammen gesammelt. Und die nächste Reihe geben wir weiter. Hi, I'm Hello, Bastion! Aber das war das Thema mit Kingdom Hearts Final Mix. Ich hoffe nicht gefällt euch. Ich schau nicht gerne und wir schauen, wie das heute weitergeht. Ciao!